Hallo Leute, ich zeige euch in diesem Video, wie man im Deutschen das Futur oder die Zukunft bildet. Als Anlass nehme ich dafür Vorsätze für das neue Jahr. Vorsatz Nummer 1 der Deutschen. Ich werde mich mehr entspannen und Stress abbauen. Wie bilden wir das Futur? Beispiel, ich werde mich entspannen. Erstens, wir konjugieren werden auf Position 2. Zweitens, das andere Verb steht im Infinitiv am Ende des Satzes. Und wie konjugieren wir werden? Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Vorsatz Nummer 2. Ich werde mich mehr bewegen und Sport treiben. Tipp. Ziele konkret formulieren. Du wirst dreimal pro Woche joggen gehen. Vorsatz Nummer 3. Ich werde mich gesünder ernähren. Er wird jeden Tag Obst und einmal pro Woche Fisch essen. Vorsatz Nummer 4. Ich werde ein paar Kilo abnehmen. Sie wird bis Mai 5 Kilo abnehmen. Vorsatz Nummer 5. Ich werde mein Handy und bei einem PC weniger benutzen. Wir werden das Handy nur zwei Stunden am Tag benutzen. Vorsatz Nummer 6. Ich werde mein Leben genießen und mehr Zeit für meine Familie und Freunde haben. Ihr werdet das Wochenende mit der Familie und euren Freunden verbringen. Vorsatz Nummer 7. Ich werde sparsamer sein. Sie werden jeden Monat einen Finanzplan machen. Welche Vorsätze habt ihr? Nicht nur für das neue Jahr, sondern überhaupt. Schreibt uns auf Deutsch Global. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Tschüss, Servus, Baba, Uffi der Lurge. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Deutsch Global Team. Tschüss, Servus, Baba, Uffi der Lurge.